Hallo ja lieben, und willkommen zu meinem nächsten Video. Heute gibt es mal wieder einen Vlog. Wir sind heute mit Josu unterwegs. Das heisst geile Autos, geile Fotos. Aber wir nehmen auch mal mit. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Wenn schnell gehen soll ich. So ist natürlich perfekt. Beeren, Protein, Granola, Skia, Kaffee schwarz. Kann man nicht falsch machen. Protein, gedeckt bisschen Vitamine. Plus natürlich meine SAPS. Omega 3 zweimal. Zink, Magnesium, Vitamine. Also ein allgemeines Vitamin. Plus vier kleine Vitamin D Kapseln. Das hier ist nicht so wichtig. Aber ich meine die paar Decken und der Rest dann ausscheiden. Weil das ist ein Wasserlösliches Vitamin. Im Gegensatz zu denen. Vitamin D. Fettlöslich. Aufpassen natürlich, dass es nicht zu viel wird. Aber lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Weil in der Regel ist es nie zu viel. Wirkt aber nur richtig, wenn man auch die Fette deckt. Deswegen Omega 3 ganz wichtig. Wir sind angekommen bei Autokunst. Ihr seht schon hier stehen brutal geile Autos rum. Und wir werden uns jetzt zwei geile Autos anschauen. Und nehmen wir uns natürlich mit. So, inzwischen haben wir unser erstes Auto. Ein wahrliches Monster. Da ist ein Brotis kann. Ich glaube bis jetzt mal die Notches Challenge Performance RT. Die Schuess ist auch dabei. Natürlich mit am Bodies machen. Wir werden jetzt natürlich noch ein bisschen fahren. Das war's. So, jetzt gucken wir mal, was das Ding rauf hat. In dem Fall geil. Geil! Nicht mal viel Gas gegeben und das... Auf geht's, Doktor. Ja, Tschöschhane. Das ist arschkalt, aber was macht man denn nicht für gute Fotos? So, wir sitzen jetzt im... Was für ein Mercedes? EQC. Ich bin mal gespannt. Das war von innen schon mal richtig schön. Man hat gar nichts mehr nach Fassen. So, wenn man mal während dem Autofahren ein bisschen trainieren will, dann kann ich dann gehen wir einfach auf Sport, dann kann man hier frische Bitarien bauen, am Training und jetzt gehen wir auf Muskelaktiv. Wir kommen zu 10 Minuten Muskelaktivierung. Kleine, feine Bewegungen fördern Muskelkoordination und Rückengesundheit. Bitte achten Sie auf den Verkehr. Brechen Sie die Übung ab, sobald es die Verkehrssituation erfordert. Die Durchführung der Trainings unterliegt Ihrer Verantwortung. Wählen Sie für alle folgenden Übungen eine aufrechte Haltung. Beginnen Sie mit Schulterbewegungen. Lassen Sie Ihre rechte Schulter weit nach hinten kreisen. Durch die Hand am Lenkrad ist die Bewegung begrenzt. Hände ruhig am Lenkrad. So, geil. Gibt es weitere Programme? Powerlab zum Beispiel? Die müssen in Form der Spannung sein. Ah, okay. Wir haben es nicht. Okay, Vitalität. Wir leben, Trauerheit. Das ist ein Auto. Das ist die Zukunft. So, von innen schon mal richtig krasse. Das ist die Zukunft. Und jetzt schauen wir das Ding mal. Von außen an. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig fresh aus. Das ganze Schrank dabei. Los died erstmalig. Einmal ja. Das ist ein Barney riskert. Es ist ein Barney. auch der wird natürlich getestet, mal gucken wer kann, der fahr schon mal ein ziemlich neuer, gucken ob der um Kick statt hat, und go! So, das war's mit dem heutigen Vlog, ein bisschen anderer Content, aber auch das wird bei mir auf dem Kanal folgen, Sonntag geht's weiter mit dem nächsten Video, bis dahin haltet die Ohren steif, Ciao!